Ich verstehe es nicht. Wo ist denn dieses dämliche... Diese dämliche Festung. Hier gibt es überall Respawn. Überall. Aber du siehst... Ne Festung. Ne Festung ist doch nicht zu übersehen. Dick. Aus Stein. Ne Burg. Jetzt sag mir nicht, das ist das hier. Da kriege ich aber hier ein bisschen... Ne? Wo komme ich hier hin? Interesting. Straße nach Redcliffe. Ja, hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Nicht. Ich suche diese blöde Festung. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich werde auch nie wieder durch Runen gehen. Müsste man eigentlich wissen, aber... Wenn das Wirtchen aber nicht wäre. Ich glaube, wir nähern uns den Abtrünnigen. Seid wachsam. Bitte sag mir, dass die nicht so stark sind. Fünf. Ja, das geht. Damit komme ich klar. Ach, Varric, das war ja wohl voll daneben. Na gut, das war auch nicht besser. Magier sind nicht gut. Kunari haben Nachkampfschutz, aber nicht Magier-Schutz. Habt ihr zufällig noch einen Schlüssel? Dankeschön! Beschaffe die Requerierung. Jetzt haben wir schon direkt die nächste Quest für diese... Für diese gesprächige Offizierin. Sag ich mal. Kann man da... Stimmt ja. Wir brauchen einen Magier. Tag, 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 Tag. Wir sind der Panzerknacker. Die alten Knacker von heute. Kommt schon. Bin ich hier alleine? Ich will mich nicht alleine gegen die will. Nein, der hat mein Pfeil geblockt. Frist das! Eine schöne Stange Dynamit, mein Freund. Oh oh. Hier sind überall diese Runen. Das ist nicht gut. Ähm. Tring. Tring. Komm. Wehr dich. Ach du kannst ja doch nichts tun. Abtrünnige Magier, ey. Wieso muss es zu sowas kommen? Und das alles nur wegen Kirkwall? Ernsthaft, das muss doch nicht sein. Da die Abtrünnigen tot sind, müssten es die Flüchtlinge auf dem Königsweg etwas leichter haben. Die Abtrünnigen Templer stellen jedoch weiterhin ein Problem dar. Ja, doch. Lol, haben wir... Haben wir erstmal direkt so einen richtig geilen Stab gefunden. Das finde ich ja ganz geil, ne? Also... Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Direkt mal so einen Epic gefunden. Und das mit Level 5. Komm. Ja, komm. Dankeschön. Gold Rüstungsdurchdringung. Dolch und Porzellan Gemme. Ich könnte mal so ein bisschen den Plunder verkaufen gehen. Ich muss meine Vorräte auch aufstocken gehen. Magier Versteck? Ja, das brauche ich nicht. Ich würde am liebsten da unten Kontrolle über die Hinterlande haben. Aber das... Das geht nicht. Ich... Ich hab's. Wie wär's, wenn wir es so machen? Wir nehmen jetzt erstmal das hier. Gehen nach da unten hin. Holen... Wir gehen einfach hier unten hin. Nein. Nein. Weg. Weg mit dir, Merkmarkierung. Du machst mich kirre in der Birne. Holen uns jetzt erstmal wieder ein paar Tränke. Machen diese Quests mit den Stoffen. Und dann geht es ab zur Hauptquest nochmal so ein bisschen. Ach, warte. Ja, aber ich hab doch was für dich. Ich hab... Aber... Warum? Ich hab doch was für dich. Warum magst du mich denn nicht? Requirierung. Hier. Gefangenenkäfige. Oh. Du hast folgendes hergestellt. Gefangenenkäfige. Unsere Truppen nehmen zunehmend mehr Gefangene. Wir brauchen Käfige, um sie unterzubringen und die Ordnung aufrecht zu erhalten. Belohnung plus eine Macht. Hihi. Plus eine Macht. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Lasst hören. Setzt mich ins Bild. Das hier könnte sich als nützlich erweisen, Sir. Wandteppich hinterlande. Baumwoll samt dekorative Edelsteine. Ich fühl mich hier irgendwie so ein kleines bisschen verkack eiert. Die sind... Das ist doch immer nur dasselbe. Ach, ist mir egal. Hauptsache es bringt Punkte. Was ist da vorne? Sind das Magier? Nö. Diese Kultisten sind eine Schande für uns alle. Sie verstecken sich in den Hügeln, während wir anderen leiden. Sie haben nur alle. So, hier irgendwo... Müssen dann auch die Magier wieder sein. Wir gehen hier auf wahre Magierjagd. Kann das sein? Da oben. Ich sehe schon ihre Totems. Flakon. Komm. Bitte. Bitte. Nicht rutschen. Nicht rutschen. Danke. Die Totems der Magier. Hier ist nix. Ja, Herrgott. Sokroment normal. Scheiße. Ich bin falsch abgebogen. Was brauche ich denn da, Mann? Den, den, den. Den, 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 den. Habe ich mir jetzt einen spannenderen Auftritt vorgestellt. Aber gut. Gut, okay. Ähm. Wir müssen da hoch. Erstmal. Die Frage ist... Wie? Ah. Ne, halt. Waren wir hier nicht schon mal? Hier haben wir doch die erste Magierbarriere aufgesprengt. Wenn ich mich nicht irre. Ne, hier haben wir einen Riss kaputt gemacht. Hier waren wir noch nicht. Also, hier waren wir schon. Aber, ähm. Wir haben hier keinen, keine Magier bekämpft. Oder sonstiges. Wir haben einfach nur einen Riss kaputt gemacht. Und hier war das, glaube ich, mit den Mabari. Die Level 8 Mabari. Die mich beinahe gekillt hätten. Oder was heißt beinahe gekillt? Sie haben... ...guten Schaden gemacht. Boah, Mann. Wie komme ich denn da hin? Irgendwelche Lager durchforsten. Ja, ihr seid... Ihr seid mir ein paar Pfeifen. Wie will ich denn da hochkommen? Die, 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 die. Sag mir nicht, die sind in der Höhle. Never ever. Ähm. Ich finde fünf vor... Das muss eines der Vorratslager sein, nach denen wir für Rekrut Whittle suchen sollten. Aha. Also, müssen wir auch nochmal nach da unten hin. Tatsache. Okay. Dann... Machen wir das doch mal, ne? Ich finde das nicht in Ordnung von euch. Geht doch einfach getrost kaputt. Ah, ich bin so fies. Ich weiß es, Leute. Warte, Soules. No. TNT. Tip, 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 tip. Ich bin eigentlich richtig unfair. Einfach mal auf... ...am Boden liegende schießen. Aber im Krieg gibt's keine Gesetze. So. Wir müssen jetzt da hin. Jetzt hab ich mir ne Markierung gesetzt. Jetzt sollte ich das leichter finden. Keine Bange, ihr Widder. Ich will euch nix mehr. Ich hab genug Fleisch von euch eingesammelt. Die Dorfbewohner sind jetzt erstmal sicher. So. Jetzt müssen wir natürlich nur noch das... ...nächste Magierlager finden. Mehr oder weniger. Keine Ursache, mein Freund. Tritt einfach der Inquisition bei und wir sind quitt. Ja? Dann sind wir auch schon quitt. Quitter als quitt. So, das müsste hier sein. Das ist doch ein Witz. Ich bin da eben vorbeigelaufen. Weitere Vorräte für Recruit Whittle. Recruit Whittle. Nein. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Ach, das ist doch nicht schön. Schöp, 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 schöp. Jetzt müssen wir ja doch wieder da unten hin, oder was? Ach, Gottchen. Komm, ich kann mich ja dann immer wieder hoch teleportieren. Zu diesem Lager und dann holen wir uns das letzte Ding. Oh, nee. Also diese Wandermarsch. Die Märsche hier. Die sind Stufe 8. Wieso sind die Stufe 8? Herrgott, ey. Nein. Weg. Wo stecke ich? Das werde ich dir ganz bestimmt sagen, mein Freund. Solless, bitte. Tu nichts Unüberlegtes. Oh, das ist... Ich glaube nicht, dass das einfache Banditen sind. Ihre Rüstungen und Fähigkeiten deuten darauf hin, dass da mehr dahinter steckt. Die waren mir ein bisschen zu stark, meine Liebe. Ein bisschen zu stark. Level 8. Hallo? Level 8. Boah. Ich glaube, wir sind hier in der falschen Gegend. Ich glaube, ich gehe lieber die Templer noch kaputt machen. Das ist sicherer. Für mein... Für mein... Geistiges Wohlbefinden. So nenne ich es mal. So. Aber ich muss ja echt sagen, das ist schön geworden hier. Die Gegend gefällt mir. Auch wenn ich ein Pferd vermisse. So schön Witcher 3-Style mäßig. Wir müssen da hoch. Und ich glaube, wir müssen hier hoch. Ach, komm schon. Eben konntest du so eine richtige Steigung hoch, aber hier kommst du nicht hoch. Was geht mit dir ab, ey? Hier ist das Lager. Danach habe ich doch gesucht. Ja, für Rekrut Wittel. Witt. Wittel. Wittel Kittel. Da gehe ich auf keinen Fall nochmal hin. Die haben mir genug den Hintern versohlt. Zumindest noch nicht. Gebt mir noch drei Level und schon bin ich unterwegs. Ja? Ich werde es so gut wie möglich versuchen, jeden Riss hier zu schließen. Vielleicht kriegen wir dadurch auch den ganz großen Riss kaputt. Ups. Hoppala. Entschuldigung. Oh Gott, ich will jetzt jagen die hier. Verdammt, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich habe mich verdrückt. Ich bin es halt aus MMOs gewohnt, einfach mal mit der Maus zu laufen, wenn ich keinen Bock habe, auf WASD zu drücken. Hopp. Hier ist das also, ja? Zum Glück haben wir diese Mine auch schon vor zig Ewigkeiten gecleared. Mhm. Ich wusste hier, kommen wir noch für irgendwas hin. Irgendwo habe ich da schon mal gehört. Oh Gott. So. Gehen wir noch da oben. Ich bin faul. Ich habe keine Lust, wieder so viel zu gehen. Bei sowas bin ich echt faul. Es gibt... Es gibt... Es gibt immer was zu berichten, Rekrut. Ich bin der Held von... Königer Elf war, der sich der Inquisition freiwillig angeschlossen hat. Verbastet ist die in 152. 注 inject... Hur verbally wird hier ausnahmen. Ich bin下e. Ich bin damals von 7, 12 investors.